Aaaaaaah Ich bin Lastpick. Ich könnte hier die Tracer auspacken. Ich glaube, falls das werde ich hier nicht bekommen. Sagara oder Tracer. Könnte dann natürlich auch sein, dass ich Tank spielen muss. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich die hier verlieren werde. Hmmm Wir werden das Mount mal ändern. Ich habe doch den Schatzgoblen. Ich könnte auch Illidan spielen, aber Illidan wäre echt riskant. Das ist aber Lastpick Illidan. Mal gucken, ob es funktioniert. Mal gucken, wenn der Fallzat offen bleibt, dann werde ich Fallzat hier picken, um die Hacker irgendwie in den Griff zu behalten. Ich höre den Ruf. Ich kann doch auf Highlight ist nicht das Problem. Reger Uta. Uta wäre ganz gut für Greyman. Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften. Ach Alexander wieder. Eieieieiei. Stitch spielt bestimmt Stitch. Okay, falls das immer noch möglich ist. Noch haben sie nicht gebannt. Warum bandt ihr Uta? Achso, Mospit. Tracer wäre eigentlich ziemlich gut gegen Junkrat. Mal gucken. Mal gucken... ... ... ... ... ... ... ... Der Tag der Abrechnung ist nah. Okay, ich muss Heiler spielen. Uga ist gebannt, dann würd's wohl Rega sein. Gucken, ob wir vielleicht dann doch lieber den Brightwing mitnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Brightwing hier seinen Zweck erfüllen würde. Rega wäre relativ cool, aber wir müssen den Brightwing nehmen. Brightwing ist, glaub ich, diesmal tatsächlich besser. Gucken wir mal, Hexi Hexi hab ich doch auch. Gibt's davon auch ne dunklere Version? Ja, die hab ich aber nicht. Wir nehmen den Brightwing, um, falls der Moshpit geht, genau das zu machen, was eben gerade passiert ist. Für den Polymoth haben wir zwei gute Möglichkeiten. Der Rega wäre, glaub ich, hier ganz gut. Den, äh, Greyman am Leben zu halten. Da müssen wir irgendwie schauen, dass das funktioniert. Brightwing, äh, pfff, ja. Gucken, ich bleib mal so lange wie möglich in, in einer Lane stehen und soke. Ich bin einfach überlegen, ob ich eventuell das Einsertalent mitnehme, um, also dieses Arcane Leuchtfeuer. Ich weiß gar nicht, ob das mehr Schaden macht. Aber, ich glaub mehr Schaden an den Minions macht's nicht, sondern nur an den Helden. Bei mir bin ich ganz sicher. Mal gucken. Dem Schlachtfeld... Hihihi. Hallo Funkelchen! Das verwirrt mich jetzt. Grüße. Funkelchen stellt sich jeder Gefahr. Ja, ne. Wir kämpfen in... Zehn Sekunden. Schwimm mit dem Port für den Greyman. Fünf... Vier... Drei... Es ist riskant. Wenn er da mit Moshpit reingeht, dann haben wir die Arschkarte. Auf in den Kampf! Ssssss. Aaaaaach ja. Ich versuch's mal mit Traumbischuss. Mir geht's besser. Gute Arbeit. Schuhe von Prior! Schuhe von... Eure Hilfe kommt keinen Augenblick zu früh, Heiler! Er stimmt nicht ganz zu. Seid gesegnet, Heiler. Helden, schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, mache ich. Ich tue das gar nicht gern. Ich greif dich jetzt an. Okay, mache ich. Okay, ich bleib hier im Soker. Oder auch nicht. Okay, mache ich. Such dir ein Talent aus. Beeindruckend. Ja, mache ich. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Erbaulich. Kuckuck. 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 Wollt. Ja. Kuckuck. Kuckuck. in eurer Hölle Ich gehe runter Der Muradene rotiert runter. Wir brauchen dringend mal XP. Wir verlieren so krass viel XP durch den DHK. Ich tue das gar nicht gern. Du bist gestorben. Ich umarme dich besser mal. Soak Nasebo! Soak! 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 Such dir ein Talent aus! Brauchen wir Cleanse? Ja, auf jeden Fall brauchen wir Cleanse. Nice. Wir haben zwei Kates geholt. Bringt uns wieder ein Stückchen näher ran. Die Raja hat das Ding da oben im Griff. Er hat das auch im Griff. Dann kann ich Mitte bleiben. Schau! Scheiße ich mich hochpotten sein. Damit wir da oben nicht die XP verlieren. Ich tue das gar nicht gern. Ich tue das gar nicht gern. Seid ihr bereit euch zu vergnügen? Ach, ich habe mich schon gewundert, wenn wir wieder einen AFK Spieler haben. Schachtet sie alle. Und erlangt meine Zahren zurück. Das tut nur mehr, bis du tot bist! Ja, mach' ich! Oh fuck, ich bin ja komm' weg! Lieten! Ja, das genügt! Schon bald wird das Gartenungeier euch gehören! Such dir ein Talent aus. Schneid euch! Das Ungeheuer wartet. Kommt, holt euch seine Macht. Euer Gegner sichtigt ein Runde. Schneid euch besser! Schneid euch nicht. Unser Fuhr ist kaputt und tot. Keine Ahnung was er da machen wollte, auf jeden Fall war es kein guter Plan. War unnötig, aber ich wollte nur mal klar machen dass ich die Mordi Haro. Haben wir das Ding bekommen? Nee, haben wir nicht. Das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Ich danke euch Nein Ich werde hier oben noch ein bisschen soaken Genau, Objekte, das wäre mal ganz cool Mal gucken, dass wir hinten dranbleiben bei denen Wo war die? Oh Gott Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern? Der Morden dämmert Helden Und nun müssen meine lieben Kinder Wir liegen so krass hinten durch den DHK-Push wir haben bezahlt Das ist important to check Ja Gute Frage Eigentlich würde ich gerne in die Topline gehen, aber Uh, das ist nicht gut Ich fühle und wie meine Kräfte zurückkehren Ich glaube der Stern wird jetzt einige Oh, der Moradin ist tot, den kann ich nicht retten Wenn ich da rauf fliege, dann bin ich auch tot Ah, ich hätte ihn vielleicht doch retten können Fuck, my life Ich versuch's mal so Wow, da kommt da halt alles geil weg Wow, da kommt da halt alles geil weg Wow, da kommt da halt alles geil weg Oh Oh Ich halte sie Schock Schon dabei Oh Oh Oh, Mist aber was, ich geh jetzt, Steffen. Hier ist es schön. Oh, danke für den Save. Ich hab auf die Zunge gewartet, ich wusste nicht genau wann er es macht. Aber wir haben keinen XP-Soak, wir haben Nasebo und der Soak nicht. Was ist da denn los? Welch eine freudige Nacht, um so viel zu sein. Ich brauch schon mal XP-Soak, Nasebo ändert immer hier rum. Mann Junge ey, du musst mal XP suchen ey. Das ist noch nicht mal ansatzweise gestackt oder? Um Gottes willen. Funkelchen ist zurück von den Toten. Juhu! Okay, mach ich. Unser Fuhr ist explodiert! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott, was ist? Bewusst. Na ja, was haben wir hier? Das tut nur weh, bis du tot bist. Gatsache, dann kann man die Kabel kommen. Die Leiche da sieht lecker aus. Ihr werdet ganz bestimmt gewinnen. Machen wir es zusammen. Ich tu dir jetzt weh. Schnallt euch Fässer an! Was ist denn das denn mit dem Markt, jung? Euer Gegner züchtet ein Ungeheuer. Was denn nun, wenn wir alle mal... Ach, ja gut, das ist... Piece of shit. Was? 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 Ich hab jetzt die schwachsten Dicke mit dem Team. Ich bin jetzt nur noch am Soaken. Level 20 Soaken, ey. Schon dreimal rumgekackt hier, weil ich jedes Mal versuche, irgendwas zu machen hier. Und das... Neue sind so ans... Warum? Warum denn immer fighten und risky Sachen machen? So bescheuert ist das. Da! Euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht. Erntet mit ihm die Leichen eurer Gegner. Gut gemacht. Das geht in der Schaumgeheuer. Ich hab das jetzt schon zweimal erwähnt, aber die wollen halt einfach nicht drauf hören, ne? Das ist denen einfach schnupps pup egal. Die können nicht zählen. Mann ey. Die Freunde brauchen Funkelchen. So, ich zog jetzt. Er wird 20. Gut job, Greymane. Schon dabei, schon dabei. Ah. Ah, Sibu mach ich keine Vorwürfe. Er versucht das halt hier irgendwie zu machen. Ah, der kann nicht pushen. Er muss defenden, Mann. Ich danke euch. Ja, mach ich. Ich greif dich jetzt an. Schneid euch besser an! Wo läuft er denn lang? Such dir ein Talent aus. Oh nein. Wo hat die... Hier ist es schön. Was? Oh, hehehe. Wir haben gemeinsam ein Fuhr kaputt gemacht. Lasst uns das gegnerische Fuhr den Erdboden gleich machen. Lassen wir es zusammen. Das Fuhr ist futsch. Hehehe. Für immer. Für immer. Der Auskalt, wenn wir da durchlaufen. kommen. Das. Nein, dass mir einer glaube ich footprintberecht sich nicht so. Ja, sch inclinedseits zu haben. oh, er hat das Spiel geglänzt das ist zum Teufel, Muradin, du bist nicht unbesiegbar die Geister sagen mir, dass diese Hälfte das bringt die Pumpe wieder auf Kraft das Glück ist mit den Gerichten die Geister sagen mir, dass diese Hälfte ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren ich greife dich jetzt ab so, wir gehen rein echt Mungu ich dachte, wie aggressiv der Muradin spielt ich meine, ich finde es einerseits toll, aber wie gut dieses Spiel gewesen wäre, wenn wir vorher mal Level 20 gesauft hätten ja, schon viel besser danke, Heiler ein Mittel unseres Rudels braucht Hilfe ja, das genügt schon bald wird das Garten Ungeheuer euch gehören ja halt für die Ernte erweckt mein Ungeheuer vom Leben Mamsch, mamsch, mamsch! Zwei tot! Schneid ein Messer! Euer ungeheuer Wettbewerb in der Welt! Die Sonne geht auf. Für den Augenblick müssen meine Kinder ruhen. Warum so Greene? Warum? Warum? Weshalb? Wieso tut ihr das? Ich bin mal zum Wurm. Ja, aber ich pop mich sicherlich nicht auf den Mogadin drauf. Da hat man auch hier unten und pusht das nur gegen. Und wenn der Sibu da ist, dann pushe ich rein. Äh, dann fliege ich rein mal nicht. Fliege direkt los! Oh fuck! Gott sei Dank hat er nicht gemacht. Da spürt. Wie ist denn der Sibu da nicht? Was ist denn der Sibu da? Wie ist denn der Sibu da? oh Weil der Kieb nicht bekommen. Oh, die wollen nochmal. Nein! Oh Gott, ey. Das ist einfach unvergreiflich. Ich stehe in eurer Schuld. Schneid ein Messer an! Er ist tot. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Oh Gott. Maaann, was willst du denn da machen mit dem Dieb? Die hätten die Nazibor einfach sterben lassen sollen. Wir hätten weiterrennen sollen. Das war ein großer Fehler, ihnen da zu versuchen zu helfen. Weiterrennen sollen alle. Krass, das sah ja aus. Die Unkrautler erheben sich. Er schlagt sie und sammelt ihre Samen. Oh, das war es echt viel wert. Also eigentlich hätten wir den Dingsbums töten können. Alter, dieser Moradin. Er regt mich auf. Ich bin gesaugt und ich kann nichts machen. Okay. 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 Ja, das Torf. Oh, go. Woah! Nice. Er macht sie ja richtig. Er spielt sehr aggressiv. I can escape. Ja, aber wir nicht. Ich stehe in eurer Schuld. Ich tue das gar nicht gern. Er macht sie ja nicht richtig. Er spielt sehr aggressiv. Man merkt auch, dass er Erfahrungen damit hat. Oh je, das wird Kiep werden. Das können wir nicht verhindern. Oh man, bitte. Bitte, no toxic. Wir brauchen die Pflanze. Let's go. Und ich coordinating alles zur N house了吧. Was genau, die Pflanze rollen. Das viennent jetzt verdrittenen 천en arch заявieren. Teraz her workspace wäre scheiße. Ich hab lange immer allesial chercher. Ich bin浮аг. Was also wissen Sie? Ich hab selber umge Email kommt auf Quick Game Zeit. Komm, mein leicht wir setzenfrei. Nein! Na ja, nein war ich immer noch nicht auség? Oh man. scheinend habt ihr eine weitere nacht überlebt. erbaut mich. ich tue das gar nicht gern. errtet die früchte eurer bemühungen helden. erweckt mein ungeheuer zum leben. we have to go core. gut gemacht. das ungeheuer wird sich auf die gegnerischen fort stürzen. wir verlieren jetzt erstmal leider das keep unten. lasst uns eure hilfe kommt keinen augenblick zu früh heiler. oh nein. ich hab keinen glänz mehr. oh das zählt ok. excellent. das gegnerische ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte blätter. wir müssen das dürfen. wir hätten das dürfen müssen. wir brauchen das keep. also wenn er das keep bekommt dann ist es noch super. er kriegt das keep. nice. er kriegt das keep. wir können nicht. go back please. wir sind einer weniger. guys. wir sind einer gewöhnt und nicht ready haben. euer ungeheuer wurde getrimmt. wie da halt einfach eiskalt da noch rauskommt. und jetzt ran baby. ich muss das machen sonst wären wir glaub ich tot gewesen. wie sie schon aufgemarrt waren. die türreihe muss hinten. Puh. Da fuh ich mich einfach abhemd die ganze Zeit über der Silence spielt. Whiskymove. Oh fuck! Ja er ist tot. Da kommt er nicht mehr raus. Wir müssen zurückporten. Hat er nicht aufgepasst? Kann man ja auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Man könnte ja zusammenspielen. Hey! Schneid euch besser an! Die Unkaufe heben sich erneut! Befreit meine Samen! Dort haben wir kein Vor mehr. Das tut nie weh, bis du tot bist. Schon viel besser. Danke, Alter. Es wird niemals reichen. Kacke wird das schwierig. Euer Gegner züchtet ein Hundereier! komm mach das wenigstens noch kaputt hier. let's go. oh mein god das dauert ja jahre. der will oben das ding holen. er will oben pushen. kommt schon holt euch das ding holen. oh wenn es nicht reichen wird. das reicht. ja es ist vorbei. die leiten sind da. euer ungeheuer ist zum leben erwacht. erntet mit ihm die leiten euren gegner. er ist auch verloren. schade. er steht schlimmes mit unserer zitadelle an. aaaaahhh. ja er ist halt schwierig den muradin dazu verantwortlich zu machen. das ist glaube ich zu einfach. ich glaube wir sollten ja reporten dafür. er hat ja gespielt. also weiß ich nicht. das war glaube ich. hm. das problem ist gewesen dass wir. dass der muradin schon sehr sehr oft fighten wollte. aber er ist ja mal rausgekommen. das muss man ihm zugute halten. ne. er hat eigentlich immer den weg nach draußen gefunden. aber ähm. na sebo. zehnmal gestorben. na gut. hat auch sein damage gemacht. irgendwie. sich schwer festmachen woran es jetzt gelegen hat. die clances waren im late game ganz okay. aber nicht im early game. und sonst. der tyra hier hat sanctification geskillt. aber ich habe es danach eigentlich so gut wie niemals mehr gesehen. ähm. außer das eine mal als er halt den ulti abgefangen hat. wahrscheinlich hätte man sogar sagen können dass wir nur darauf spekulieren den ulti abzufangen. aber dann stellen wir uns da alle rein. hm. schwierig. also den ulti von junkwit meine ich. der das echt gut gespielt hat. sehr sehr gut. viel xp farm. viel damage gemacht. sehr sehr gut gespielt von junkwit. ja. ansonsten. hm. hätten wir auch gewinnen können. aber. hm. ich hatte halt das gefühl dass der na sebo zu wenig gepusht hat. er hat ja im late game immer die die. ähm. das was in der top lane war. durchgedeft. aber dann wurde er da abgefangen. was halt auch mega unlucky war. ich weiß gar nicht wie viel sex er am ende hatte. ob er überhaupt fertig war. ich glaube er war nicht fertig. äh. obwohl nach 34 minuten wäre schon sehr komisch wenn er dann nicht fertig wäre. hm. welchen ulti ist er eigentlich gegangen? er ist ja in ghoulim gegangen oder? spinnbild. ok. hm.